Im Norden von Schweden ist das bislang größte in Europa bekannte Vorkommen an seltenen Erden entdeckt worden. Den Fund in der Nähe von Kiruna gab die staatliche schwedische Bergbaufirma bekannt, die hier bereits Eisenerz fördert. Die seltenen Erden wurden bei Probebohrungen entdeckt. Dem Unternehmen zufolge kann das Vorkommen den Großteil des europäischen Verbrauchs decken, wenn es die dafür erforderlichen Genehmigungen bekommt. Noch ist demnach unklar, wie groß das Vorkommen genau ist. Wenn wir das Vorkommen mit den heutigen Genehmigungen ausbeuten, dann dauert die Erschließung 10 bis 15 Jahre. Seltene Erden umfassen eine ganze Reihe von Elementen, die unter anderem für die Herstellung von Handys und Elektroautos benötigt werden, etwa für Batterien oder Katalysatoren. China verfügt derzeit über die größten Vorkommen. Experten vermuten, dass sich der Verbrauch in den kommenden Jahren vervielfachen wird.